WDR mediagroup GmbH Aber heute ist Rosenheim, Nabel der Welt Geografisch in den letzten Winkel der Welt überall hin Spätestens nach sechs Stunden raus Hessen in Ruhe und dann 15 Minuten raus Er hört natürlich auch gerne das Wort Wir zusammen mit Sicherheit All solche Dinge, da können Sie nichts falsch machen Ein anderer Tanz, wir tanzen Walzer Ja, beim anderen Tango Hier Walzer Und ich weiß noch, als wie wär's gestern gewesen Wie ich so das erste Mal drin sitze in meinem Cockpit Bei der Flugvorbereitung Die Cockpit-Tür stand so ein Spalt weit offen Und ich konnte sehen, wie die Passagiere ins Flugzeug strömen Und ich mir nur so gedacht hab Wenn die wüssten So, stellen Sie sich vor, Sie sitzen intubiert im Zahnarztstuhl Und der Arzt sagt jetzt zu Ihnen Also machen Sie sich bitte keine Sorgen So schmerzhaft, blutig und grausam Wie beim letzten Mal wird es heute nicht Was würden Sie machen? Was würden Sie machen? Ja Ich war angekommen, ich hab's geschafft Fast, noch nicht ganz, aber fast unschlagbar Umgekehrt genauso Haben Sie Daten drauf, Musik auf das Handy drauf Es sind Datenleitungen hier drin Achten Sie penibel darauf, wo Sie Ihr Handy aufladen möchten Niemals in öffentlichen Einrichtungen wie Flughäfen Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht Ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht Ich glaube, das ist die wichtigste Formel Wenn Sie unternehmerisch tätig sind Wenn Sie Führung, Verantwortung für Menschen haben Applaus 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 Applaus